hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal spielveränderung grün heute habe ich mal was ganz was kleines da einem youtube mini 10 box mit zwei boostern einer karte und eine münze haben gedacht wir fangen mal im neuen jahr klein an deswegen machen wir heute mal nur in anführungsstricken eine kleine mini 10 auf dann sehen wir hier auch noch mal das komplette foto wie das ganze dann aussieht dann haben wir natürlich inhalt nicht mehr so geile packs aber wir haben ja einmal youtube größe 2 meter gewicht 122 kilo nummer 150 in pokédex und wir haben wer kennt sie nicht die wohl nur kind glaube ich mittlerweile jeder vielleicht auch die leute die wo gar nicht pokémon angucken und dann haben wir jetzt zwei packs einmal sonne und mond stunde der wächter und einmal sonne und mond nacht in flammen ich würde sagen wir machen stunde der wächter auf als erstes einmal ein code viel glück dabei stunde der wächter was kann man jetzt sehen ich bin gerade nicht auf dem laufenden wächter ich habe das nicht gesammelt deswegen weiß ich nicht ob man hier was gut ist die kann ich glaube nicht auf jeden fall haben wir ein code yoga in reverse rare und die rare dahinter ist ein lunala non holo stellen wir einfach mal hier ab und wir haben nach den flammen eins meiner lieblings set einfach mal ob wir hier noch was drin haben einmal der code zu euch viel spaß dabei und wir haben einmal eine fünster energie und die rare ist ein gravel wer hätte es gedacht gut ich würde sagen das war es auch schon mit dem video und wir sehen uns dann beim nächsten video und das wird am höchsten höchstwahrscheinlich das mauzi oder die mauzi kollektion da sein mit dem giga dynamics mauzi auf jeden fall sehen wir uns dann wieder im nächsten video bis dahin macht's gut schönen tag noch viel erfolg wenn ihr was aufmacht wir sehen uns tschau tschau